Hey Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Reaktionsvideo auf dem Picasso-Kanal. Die heutige Reaktion bezieht sich auf ein Thema, was ich schon in einem Reel behandelt habe. Heute auf Instagram schaut da gerne vorbei und zwar geht es um das Thema Schweinehochhäuser in China und wie die gerade aus dem Boden stampfen. Es geht hier weniger um meine Einschätzung, sondern eher darum, euch zu zeigen, was da eigentlich abgeht und welche Problematik das mit sich bringt. Und lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht habt. Würde mich sehr freuen, unterstützt mich sehr und wir gehen jetzt einfach mal rein und schauen uns das Ganze an. Der Ausschnitt ist von den Tagesthemen vom 24.09. um 22.45 Uhr. So, ich habe schon an die richtige Stelle gespult und wir schauen einfach mal rein. Es ist wie in den meisten Ländern, mit dem Wohlstand ist auch in China der Fleischkonsum rasant gestiegen. So schnell, dass die Regierung vor ein paar Jahren sogar mit Arnold Schwarzenegger für Fleischverzicht geworben hat. Im Durchschnitt isst jeder in China gut 60 Kilo Fleisch im Jahr. Zum Vergleich Deutsche etwa 52 Kilo. In China sind, und man muss wissen, oder ja, die asiatische Kultur ist klar, natürlich auch für den Fischkonsum bekannt, aber auch für sehr viel vegetarische und vegane Küche. Und dieser Trend des übermäßigen Fleischkonsums in China kommt eben genau daher, weil es einfach ein Zeichen für Wohlstand ist. Und es ist krass, weil es bei uns genau das Gegenteilige bewirkt. Also wir sind immer aufgeklärter, immer mehr vegane Leute, immer mehr Vegetarier. Und ja, in China ist der Trend leider gerade da, wo er bei uns mal war. Und man kann nur hoffen, dass sich das zeitnah ändert, aber schauen wir mal weiter. Mit dem Fleischkonsum auch die Schweinestelle gewachsen und zwar in die Höhe. Unsere Korrespondentin Tamara Antony hat ein solches Schweinehochhaus besucht, in dem besondere Quarantäne-Regeln gelten. Denn erst 2019 hatte die Schweinepest den Bestand in China etwa halbiert. Solche Bilder sind auch in chinesischen Nachrichten ein Hingucker. Ein Hochhaus, nicht für Menschen, sondern für Schweine. Übrigens, das Thema Schweinehochhaus war auch in Deutschland schon präsent. Schaut dazu mal gerne die Spiegel-TV-Reportage an. Über das Schweinehochhaus in Nordrhein-Westfalen. Allerdings ist das, glaube ich, immer noch geschlossen. Das wurde dicht gemacht. Der Betreiber wollte, soweit ich weiß, die Bedingungen da auf ein besseres Level heben und dann wieder eröffnen. Aber wie willst du in so einem Schweinehochhaus die Bedingungen für ein Leben so gestalten, dass es tragbar ist? Ein Boom in China. Land ist teuer, darum bauen sie in die Höhe. Zwei Jahre nach unserer Anfrage dürfen wir dieses Schweinehochhaus besuchen. Aber erst nach einem Desinfektionsmarathon. Insgesamt sieben Checkpoints müssen wir durchlaufen. Mal wird nur der Bus abgesprüht. Dreimal müssen wir duschen. Einmal sogar in die Sauna. Jedes Mal bekommen wir neue Kleidung. Das ist so krass, oder? Also es ist kaum vorstellbar für uns. Stell dir vor, du willst in Deutschland in den Schweinestall und musst erst mal durch sieben Stationen durchlaufen, dich reinigen, desinfizieren lassen, bis du da rein darfst. Ja, der Grund hierfür ist natürlich, wie schon angesprochen, Schweinepest, andere Pandemien, die durch Tierindustrie ausgelöst werden. So wie eigentlich fast jede Pandemie. Eigentlich sind wir im Schweinehochhaus. Endlich bei den Schweinen. Oder beziehungsweise verbreitet werden. Dürfen diese Sauen oft frei laufen, fragen wir? Etwa alle vier Monate. Dann dürfen sie mal aus der Box. Bewegung für etwa eine Stunde. Alle vier Monate für eine Stunde. Gebt euch das. Gebt euch diesen unglaublichen Scheiß. Aber wartet ab, was die Angestellten dazu sagen. Den Arbeitern fällt nur Positives ein, wenn sie über die Bedingungen hier sprechen. Lu Shangtong findet Massentierhaltung sehr modern. Typisch chinesisch nüchtern, konstatiert sie. Wenn die Schweine draußen wären, gäbe es Sonne, Regen und sie könnten bei schwierigen Wetterbedingungen nicht genug Essen finden. Sie wären wie Obdachlose. Lass das mal kurz wirken. Es ist so krass. Und das Schlimme ist, oder ja, man kann diesen Menschen nicht mal einen Vorwurf machen, weil sie wissen es nicht besser. Es ist wirklich, ich glaube ihr, dass sie denkt, dass es richtig ist. Ich glaube ihr, dass sie denkt, es ist die richtige Haltung und den Schweinen geht es dort gut. Und das ist ein Riesenproblem. Und es gibt es auch in Deutschland in kleinerem Rahmen auf jeden Fall viele Landwirte, die die Tiere unter aller Sau halten, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, denken, sie machen alles richtig. Aber das ist halt nochmal ein anderes Level. Ja, Education ist das Stichwort und dort sind wir noch nicht so weit. Haben sie alles, was sie brauchen. Essen, trinken, eine volle Mahlzeit und sie müssen nicht in der Kälte stehen. Natürlich sind sie glücklicher. Die Hälfte aller Zuchtschweine weltweit lebt inzwischen in China. Die Hälfte aller Zuchtschweine weltweit lebt mittlerweile in China. Diese Zahlen sind so krass. Zu dem, was sie gesagt hat übrigens, kann ich eine kleine Anekdote erzählen. Also, was wir denken, wie es Tieren geht. Wenn wir jetzt da ein Schwein sehen und denken, ja, anscheinend geht es ihm gut dort. Was wir natürlich nicht denken, weil wir ein bisschen mehr darüber wissen. Aber auch wenn wir sagen, hey, wir richten unserem Hund ein schönes Körbchen hin. Ja, da kann es sich schön einkuscheln und sowas. Und dann machst du das und dann siehst du, der Hund geht gar nicht in das Körbchen, weil er lieber auf den Boden legen will. Diese Beispiele gibt es en masse, weil wir gar nicht wissen, was Tiere wirklich brauchen. Und ich habe einen guten Freund, der mir da eine tolle Story erzählt hat, was die Einrichtung von einem Sanctuary anging für Wildtiere. Dazu erzähle ich euch sicherlich irgendwann mal noch mehr. Aber da war genau der Punkt, man hat Unterstädte gebaut für gewisse Tiere, für Wildtiere, für exotische Wildtiere, die gerettet wurden, um denen einfach ein bisschen Komfort zu geben. Am Ende wollten die Tiere dort aber gar nicht unterkommen, sondern sie wollten lieber draußen im Regen schlafen. Und ja, weil es einfach deren Natur ist. Und wir verstehen das einfach manchmal gar nicht. Wir denken, das und das wird für das Tier das Beste sein. Das Tier weiß selber, was für das Tier das Beste ist. Und das ist es nicht. Das behaupte ich mal zu sagen. Oder das erlaube ich mir mal zu sagen. Fleischkonsum ist... Das erlaube ich mir mal zu behaupten. ...wachsendem Wohlstand rasant gestiegen und die Regierung fördert die Industrie. Der Erfolg der Regierung hängt auch davon ab, ob die Menschen genügend günstiges Schweinefleisch kaufen können. So kann die Regierung zeigen. Schau, es geht uns immer besser. Inzwischen investieren neue Konzerne in das lukrative Geschäft. IT-Unternehmen zum Beispiel. Und die größte Mastanlage für 1,2 Millionen Schweine pro Jahr betreibt ein Zementhersteller. Es ist Wahnsinn, dass es einfach so eine Riesenindustrie ist. Nicht nur in China, natürlich auch in anderen Ländern und auch hier. Aber ich glaube, dort wird es nochmal mit ein bisschen anderen Augen gesehen. Und das ist schon heftig. Rück bei den Schweinehochhäusern im Süden von China. Am Abend zeigt uns Lu Shangtong ihr Zuhause. Ihr Kind lebt bei den Großeltern. Nur sechs Tage im Monat kann sie es sehen. Das macht mir nichts aus. Vor kurzem sind wir sogar sehr lang hier geblieben. Einmal sogar ein halbes Jahr. Das ist ja irgendwie der Klassiker. In China sieht man ja öfters, dass die Leute wirklich für die Arbeit leben und auch dann oft an der Arbeitsstelle leben, um sich 100 Prozent darauf konzentrieren zu können. Da haben wir es schon echt gut hier. Nicht alle, aber die meisten, so der große Teil im deutschsprachigen Raum, hat da schon wesentlich bessere Arbeitsbedingungen. Essen, Trinken, ein bisschen Bewegung und ein Dach über dem Kopf. Dafür ist gesorgt. Bei den Schweinen und den Menschen. Und wir kommen hier zum Sport. Kommen wir nicht. Ja, Leute. Ich wollte euch das einfach nur mal zeigen, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, was auf der Welt passiert, wie krank diese ganze Industrie ist und wie wichtig es ist, dass man was dagegen tut. Und dagegen tun muss nicht heißen, dass wir irgendwie andere Leute anfeinden für ihren Konsum oder Sonstiges, sondern dagegen tun heißt, den eigenen Konsum überdenken und schauen, in welchen Bereichen kann man sich engagieren, ob es jetzt Spendengelde sind, weil man ein bisschen was übrig hat oder ob es Aufklärungsvideos im Internet sind oder auch einfach die Leute supporten, die aufklären. Und damit meine ich nicht mich primär, sondern jeden, der dafür einsteht. Wir können alle ein bisschen was tun. Und wenn es nur so ein Mini-Schritt ist und wenn es nur ist, dass wir morgens die Milch im Kaffee ersetzen durch Pflanzenmilch oder eben sagen, hey, das Schweine-Steak muss heute nicht sein, es kann auch mal eine Ofenkartoffel sein und im besten Fall natürlich auf tierische Produkte verzichten, wenn es möglich ist. Ich weiß, wie schwer es fallen kann und ich will niemandem vorschreiben, was das zu tun und zu lassen hat. Das muss am Ende jeder selber für sich entscheiden. Und deswegen, Education ist das Stichwort. Und das Sprichwort ist, hasse nicht den Menschen, hasse nur das, was er tut. Peace.